ja hallo hallo arg ist angesagt was ist mit mark nichts ist mit mark das war jetzt schlecht echt schlecht schämt euch mehr ärzte rauskommen warum euch ja weil du mitgespielt hast ja hab da nicht mitgespielt den ganzen tag nicht du hast du nicht mitgespielt dann macht die aufnahmen ich habe das nicht so gut abgesprochen und wie läuft es bei dem parasur geht es ganz gut vorwärts ich muss gleich nur ein bisschen leder organisieren dass ich einen sattel zusammenkriege jetzt ihn reiten ja in die nacht welche nacht wie am tag scheiße ich wollte ja noch mal fragen das ist auch nicht falsch das kann ich dir nicht sagen mit einem gleich fertig oder mal nicht ich bin fertig naja kann es mal die restlichen geben kannst du holen warum krieg ich denn die nacht dass ich irgendwas gezählt habe weil du in der Nähe standst jetzt rennt er weg hier immer noch bewusst wird ja natürlich muss er doch da muss komplett ungerecht sein ausnahm ein paar bären oder was ja von diesem schwarzen narkopier ist halt was 22 22 ja dann ne pack doch einfach rein hier wenn man einmal was zum angreifen sucht das ist irgendwie so so merkwürdig warum naja das Vieh ist bewusstlos so fühlt es uns mit bären damit bewusstlos bleibt ja wenn man es ungerecht wird ist doch nur logisch dann gebe ich es dass es mir vertraut wenn es glücklich ist meinst du so ne flugsauer hier thamen versuch mal lass es einfach klar ich springe die drauf dann gehört das mir das ist nicht lieber avatar oh das ist ne kohl die geben aber kein height und ich brauche height ja ich brauche aber wenn dann fleisch und das ist das was ich hier möchte du kriegst aber von dir nur noch Fischmeat ja das essen die auch oder weiß ich nicht oh dass die manchmal immer an den bäumen hängen bleiben das ist so nervig ja dodo dafür ist bewusstlos es gibt sein Kopf ja läuft doch mal ja natürlich jetzt spricht du doch zu mir geh versuch du hast du 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 das Mann ey, ich suche irgendwas zum angreifen. Ja, angreifen. Ja, ich brauche irgendwas, was es hide gibt. Ich glaube, wir wollen uns im Jack über den ganzen Dodos abfahren. Ja, ich habe einen Dodo gefunden. Aber ich muss jetzt auch wieder zurück, weil ich brauche was zu essen. Ui, da passiert ja mal was. Ja, ne? Übrigens ist da auch Fischmied. Ah, okay. Aber ich habe nicht genug Fleisch. Scheiße. Hast du noch Fleisch? Hab es? Wo ist Fleisch am besten? Nein, habe ich nichts. Gar nichts. Dann, äh... Ja, kack, ruhig da hin. Lauf doch nicht weg. War nicht im Lagerfeuer noch was? Das habe ich mir genommen da. Da war aber kein Rohs mehr. Rohs? Ja. Ja, man weiß nicht. Ja, durch die Braten ist essen die nicht. Doch, tun sie auch. Aber es bringt nicht so viel. Ja, das meinte ich ja damit. Die essen normalerweise auch keine Beeren. Na, mal gucken, ob ich ein paar Fische bin. Oh, man, einmal Fische, dann sind hier natürlich keiner. Mal ganz kurz hier anders hinsetzen. Oh, furchtbar. Oh, da hinten liegt ein Dilu bewusstlos. Den töte ich. Wie sieht die Gegend hier so kahl aus? Oh, den töte ich jetzt. Hörst du auf, wegzurennen? Herr Bier, ich brauche dein Fleisch. Gib mir das halt. Ah, ja, was machst du jetzt? Jetzt guckst du den Stein. Ach, scheiße, zeig das. So, ich taufe dich auf den Namen McMuffin. Könnt ihr jetzt ein Ovi-Raptor zähmen? Und warum machst du das nicht? Weil wir Fleisch brauchen. Achso, okay. Ich brauche Halt. So tun wir nicht so. Kommt's hinterher, der Sarasun? Ist das überhaupt ein See oder ein Erb? Ah, das ist eine See. Dann passt der Name Sarasun hier. So, folgt er mir jetzt? Oder was? Wie, jetzt ist das fertig? Ja. Ich brauche noch ein paar Fische erledigt. Ich habe sechs Leder. So, McFluffin-Muffin. Toll, zwei Heid. Das ist ein Trike, den greife ich nicht an. Der bootert mich nur weg. Und Sarasun backt sich einfach mal über Steine. Läuft ja. Ich bin gerade echt gewillt, mal einen Trike anzubeifen. Ich glaube, das belebe ich nicht. Der ist auch Level 19, den sollte ich nicht angreifen. Ganz schön nebelig hier gerade. Oh, hier ist eine schöne Dodo-Farm. Dreimal könnte ich raten, was jetzt mit den Dodos passiert. Die werden schon ein ewiges Leben weiterarbeiten. Nicht ganz kleine zu Leder. Einer schlägt sie bewusstlos und tämt sie. Okay, danke, Dodo. Hoffe ich zumindest. Ja. Oh, ich habe gekackt. Ja, tu mir so, als wäre es was Besonderes damit. Oh, es ist ganz schön nebelig hier. Ja, sag ich doch. Gerade übelste Suppe. Ich glaube, sie hört hier zu. Nee. Ich habe doch nicht. Einige Sachen über deine Mutter gesagt, du. Ja, das ist okay. Achso. Na dann. Das erzähle ich deiner Mama. Ich baue mir erst mal drei Spiere. So, haben wir denn hier irgendwas, was ich jagen kann mit dem Piech? Oh ja, was ist das denn? Ein Kompi, die sind so süß. Das sehe ich eigentlich auch. Einfach nur weil er süß ist. Okay, Kompi sind zwar süß, aber man, viel Schaden. Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt bei diesen kleinen Viechern. Warum können die so viel Schaden vor allem fressen? Vor allem so winzig, wie die sind? Mann, ich brauche Tiere. Hier muss doch wohl irgendwas sein. Oder auch nicht. Hast du solche fitten Brontis? Boah, man findet halt echt alt, ganz scharf die Schnauze gekriegt. Na dann, geht es erstmal zurück ins Basislager hier. Da hinten ist eine Schildkröte, aber die kriege ich nicht platt. Ja, da müssen mehr Leute draufgehen. Aber gehen die überhaupt halt? Die gehen nach Chitinen, oder? Ja. Sind die jetzt ernsthaft nur Trikes? Ja, die Kompi ist hier gerade weggebrast. Oh je, hier ist noch ein Kompi. Tot. Und es regnet. Wiffi. Was auch sagst, ne? Dann warum kann man doch die Viecher auch noch so lange einhauen, dafür, dass sie so winzig sind? Schlimmer ist, wenn du da einen Dino dabei hast. Dann killst du eher deinen eigenen Dino als die Kompis. Wo ist der Sarasur? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Der steht hier hinten, bei mir. Hä? Ja, da können zwischen zwei Bäume. Oh. Oh. Boah. Okay, dann wieder raus. Kommst du... Der kommt doch nicht mehr raus. Ich dachte schon. Ich dachte, er klemmt sich jetzt an derselben Stelle wieder ein. Äh. Das wäre es auch gewesen. Okay. So. Ich bringe mal in den Hamsverkehr. Aha, schwebende Bäume. Cool, hier sind zwei Dinos in den Baum festgebackt. Was man halt so macht. Das ist völlig natürliches Dino-Verhalten. Ich dachte nur, ich dann auch das mag. Ich sag mal... Boah, so hat er sich jetzt wieder irgendwo festgehangen? Läuft er bei dir. Oh, Bob, baut er irgendwas ab. Warum baust du den Crate ab? Doch, es gibt DP. Das gibt keine OP. Gibt es überhaupt irgendwas? Die zerspringen einfach nur. Oh, lame. Sag mal. Also, so langsam, wie du vorhin meintest, dass die Dinos sind, sind sie aber gar nicht. McMuffin kommt gut hinterher, wenn ich könnte. Ich finde, die sind zu langsam. Also, der hat kein Problem, bei mir hinterherzukommen. Meine Güte, ey. Aber ist das dein Ernst? Woran hängst du denn jetzt fest? An einem Stein? Jetzt kommst du wieder raus, oder? So, dann laden wir hier halt schon ab. So, schön macaber in unserer Soorantel aus dem Parasoram. Baum auch nicht. Das ist voll nett. So, an die Kiste ins normale Haus machen wir jetzt einfach noch die Bären, würde ich sagen. Wie? Mann. Hm, 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 hm. Da war ich mal. Jetzt kannst du mal gucken, ob in der Basis noch irgendwie Hype ist. Ja, ich hab 56 Oh, das ist ein Raptor 56, okay, da bräuchte ich ein bisschen was von Hier ist nochmal 43 Okay, wir müssen den Raptor anbrechen Geschafft So, was sagt die Folgenzeit? 12.50 Theoretisch Praktisch weiß nicht, ob ich nicht wieder zu spät den Timer gestartet habe Also ich geh jetzt noch ganz entspannt zurück zur Basis Also lass bei dir, sagst du ja Jetzt kackt der auch noch hin Rauf geschissen, meinst du? Das ist also ohne Scheiß Okay, war jetzt echt witzig So, komm mit Bei Fuß Los! Bei Fuß! Bei Fuß! Das ist übrigens keine Krankheit oder so was bei Fuß Was? Leich Fuß? Ja, der ist giftig. So wie er stinkt zumindest. Okay, ich möchte aber noch in dieser Folge den Sattel fertig kriegen. Gas. Oh, hier ist ein Dodo. Bitte. Das ist Dodo Ehrenkodex. Ich will auch einen verprügeln. Den muss man einfach verprügeln. Wie sieht es mit den Bären aus bei dir? Das sollte erstmal reichen. Ich bin gerade hot as fuck. Wenn du hier wärst, würdest du es sogar verstehen. Nein. Komm mal auf mein Basislager. Ja, bin ich doch gerade auf dem Weg. Meine Vermutung ist einfach, dass ich gerade ein hot as mittels Mixtape getroppt habe. Nein. Erstmal prinzipiell widersprechen. Definitiv, definitiv. Aber es brennt in den unteren Regionen. Das ist mir doch egal. Das ist jetzt gar nicht so gut. So, wo läuft denn das Viech jetzt wieder hin? Gehe ich auf Movement Speed oder Attack Damage? Movement. Das muss schnell werden, das Viech. So, dann gib mir mal hier nochmal schnell das Ladder. Ja, kommen sie einfach zum Lager. Da hast du meine Meinung. Aber ich find's cool. Ich geh einfach rein. Ne, ich brauch das Leder. Der ist doch hinten drin in der Kiste, Junge. Bist du mal? 99,5. Gut, das sollte reichen. Ey, das ist doch für meine Trommel angesammelt, Arsch. Nö. Also, mir ist ein bisschen was zurückgegeben. Natürlich gebe ich dir was zurück, aber ich denk mal, so ein Sattel ist jetzt erstmal wichtiger. Ähm. Na, du hast dich gerade aus, wir sind ein Speer in deinen Rücken geworfen und du hast auch keiner, der durch deine Brust so durchgeht. Das, äh. Aber bei mir ist da nichts. Ja, ich würde das rekommendieren, Paco. Das tut mir auch leid. Das kann man vielleicht mir zukleben. Sicher bin ich mir aber nicht. Ich kann jedenfalls einen Screenshot schicken nachher. Nein. Nein. Kannst du mit einbauen. Jetzt renn doch nicht mit dem Speer weg. Das steckt immer noch drin. Das ist doch gut. Kommst du mit meinem Speer zurück? Das ist meiner. Bau den neuen. Nein. Ja. Jetzt habe ich ihn mir eingesammelt. Jetzt hat er irgendwie. Tschüss. Ja. Was? Wenn ich jetzt mal heid wenigstens, dass er mir eine Trommel bauen kann? Das sind ja 76 halt in der Kiste. Ja, ist ja gut. Dann brauche ich nur noch 250. Aber dein Sarasur ist immer noch ziemlich langsam. Ich bin sogar fast schneller. Ja, komm, das ist doch noch nicht fertig. Gepimpt. Gepimpt, ey. Kommt da noch einen Chromauspuff rein oder was? Gepimpt mein Dino. Ja, okay. Ich würde sagen, mit diesem Dino-Diebstahl verabschieden wir uns jetzt. In Grand Theft Auto. Tschüss. GTP, alter. Grand Theft Parasur, ey. Okay, macht's gut, Leute. Cheerio. Tschüss. 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 Vielen Dank.